Mein Name ist Andreas Tschorn. Ich bin in Großdolben geboren, südlich von Leipzig. In Leipzig habe ich Theologie studiert und mein Vikariat gemacht. Danach bin ich in die EKM gewechselt und jetzt Pfarrer in Schladebach, Köttschau und Pissen. Das liegt so ungefähr zwischen Leipzig und Merseburg. Für meine Arbeit wünsche ich mir, dass wir Gemeinde im Dorf sein können, dass wir weiterhin offen sind für alle, die zu uns kommen, dass wir gemeinsam am Ort mit den Menschen feiern können und sie zu uns einladen.